Hallöchen, hier ist der Guzua. Ich habe jetzt wieder vor, eine Runde Agario zu spielen, jetzt momentan alleine. Die anderen beiden, die machen irgendwas anderes. Und ich habe mich auch über Facebook angemeldet, weil normalerweise bin ich, wie gesagt, absolut nicht so der Facebook-User dafür, weil ich mir einfach sage, naja, Informationen, die Facebook nicht unbedingt haben muss, muss es auch nicht kriegen. Aber in dem Fall ist das wirklich eine ganz gute Sache, da man dann eben nicht mehr mit, wow, wie kommt denn der angespreadert hier? Nicht mehr mit, wer weiß, wie wenigen Punkten anfängt, sondern schon relativ gut dabei ist. Also ich fange jetzt, glaube ich, irgendwie mit 27 an. Und immerhin, ich meine, das sind 17 Punkte mehr, also über das Doppelte von dem normalen Wert. Also von daher fällt es einem dann wirklich schon relativ einfach, hier, komm, nein, okay, dass man da ein bisschen was machen kann. Ansonsten habe ich am Sonntag ordentlich gespielt, also richtig ordentlich. Und habe wirklich einfach mit ganz komplett fremden Menschen, Spielern, wie auch immer, geteamt. Und war da wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, so begeistert von, dass das so gut lief, dass ich das heute einfach wieder probieren will. Ich muss wirklich sagen, also das lief irgendwo noch besser als im abgesprochenen Team, wo man sagen kann, gut, okay, ich mache jetzt das und das. Hui, der hat mich, aber okay, der hat einiges auseinandergenommen, würde ich sagen. Nee, aber wirklich, da, das lief echt so gut. Die hatten dann eben W gleich Team oder Team oder wie auch immer. Und dann konnte man da gleich loslegen. Oh, den hat sie nochmal zerballert hier. Ah nee, wollen wir mal nichts überstürzen. Obwohl wir können, aber ich glaube nicht, dass er mit mir dann anfängt zu teamen, nur weil ich ihm mal einen zuballere. Aber es könnte ja sein, dass er mir sein kleines Zeug gibt, was ich ihm dann wieder zufieden kann. Das wäre natürlich eine ziemlich geile Nummer. Gucken wir mal, wenn ich hier wieder 40 habe, dass ich ihm noch wieder was geben könnte. Ich schaue mal. Ah, okay, er hat sich wieder... Ja, schaffst du nicht. Ich bin zu schnell für dich. So. Und wie gesagt, wie beim letzten Mal auch, das Langweilige wird einfach schneller gemacht. Und dann hört er mich immer wieder OHA sagen, wenn ich irgendwas cooles habe. Ich bin zu schnell. So jetzt die 200 erreicht also jetzt kann man mich Jajajaja als gegner ernst nehmen ganz genau das ist es nämlich das tun die gegner nämlich jetzt alle Die nehmen mich jetzt langsam ernst Klar weil 200 die will man sich dann auch als ganz großer nicht mehr so wirklich durch die lappen gehen lassen Ich würde probieren den zu feeden Und ich hoffe das bringt was weil wenn der dann auf mich losgeht Dann habe ich auch nichts gekonnt Zack oh der hat es voll fackt Okay, aber es ist es ist ja wirklich bei diesem spiel richtig krass Der eine ist eben oder beziehungsweise das einen leid des anderen freut auf jeden fall ganz klare sache Mal wieder ein bisschen aufholen hier und dann würde ich mir langsam mal einen teampartner suchen Feed me please der ist doch gut der ist doch nice kommt pass auf hier Dann passt das schon der kann mich nicht essen mal gucken was feed me please sagt Ob der ganz loyal ist Ja genau das war's das was ich haben wollte ganz genau Und dann sieht man schon okay ja man kann miteinander Hier gepär 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 Gibt mir die andere kugel ich futter die auf Ne das hat er noch nicht ganz geschnitten ich hätte dir gerne geholfen Tja oh So komm her du darfst meine kugel futtern Egal ich weiß es ist man splitt sich normalerweise nicht in vier teile aber Das passt schon denke ich Das ist schon in ordnung so jetzt komm hier da rein ja na alle auf alle nicht unbedingt aber gut ihr seht hier gerade die xp zahlen gehen hoch Also fürs nächste mal schon auf jeden wow okay da wurde obama gerade richtig platt gemacht Aber wie gesagt dann hat man schon wieder ein paar mehr xp punkte und dann passt das auch Hier ich probiere ihn jetzt zu finden Und hoffe dass er schade okay ich habe goku nicht gesehen ich dachte das wäre alles dieser Cool oder old Okay schade aber so ist es halt Hier zahl oder der hier weh my friend und dann gucken wir mal ob er wirklich mein friend ist und dann Sehen wir was hier geht Und dann noch was Das 2 sieht nicht so wie mein friend aus Ich glaube wenn ich ihn jetzt finde dann ist er einfach auch noch zu langsam Um den anderen zu bekommen Aber der könnte dann natürlich jetzt auch sagen gut okay ich splitte mich Und Das will ich natürlich auch nicht Oh da war was nettes hier Ja Das kann man schon mitnehmen Nice Also da sehe ich dann auch irgendwo immer mehr den sinn drin wenn ich jetzt besonders wenn ich jetzt klein bin Ähm Bevor ich hier wer weiß wem hinterher renne Und wieder die rechte maustaste drücke Dann mache ich das doch lieber so Und hole mir da ganz gechillt noch ein paar pünktchen Ein bisschen Masse Na ich glaube nicht dass der mich haben will Ja das ist doch nett Gib mir doch was her Den hatte ich doch schon mal am Start hier Den Ja du darfst dich auch zu mir bewegen Ne Das ist mir nicht wert Na der wird jetzt so eine Weile nicht locker lassen Und ich weiß dass ich da links am Ende wäre Mal gucken Jaja klar logisch Das war's Schade Ich mach noch einmal mal gucken Was wir hier haben Ansonsten ich denke mal nächste Woche Könnte ich mir vorstellen dass ich mal wieder Mit den Abonnenten das starte Mal gucken wie wir das mit dem TS hinkriegen Ob wir da Ein TS zur Verfügung haben Wie sich das alles klärt Wir werden nochmal sehen Du glaubst nicht wirklich dass du schneller bist als ich Und hier so eine Sache Immer besser Immer besser Weil der Merkt das gar nicht Ich hole mir ja jetzt natürlich den ganzen Stuff hier Und Der merkt das gar nicht dass ich dabei größer werde Und dann habe ich sowas auch schon mal gehabt Der die ganze Zeit hinterher Ich war ja größer Ich war ja größer Und auf einmal steht er da Ja ich bin größer Und ich futter ihn Alles schon gehabt CIA Ach Lohnt sich da das Splitten Ne ich glaube nicht Nicht so wirklich Da haben wir eigentlich wieder 200 erreicht Ne das lohnt sich nicht Und jetzt müsste ich mal wie gesagt einen ungefähr in meiner Größe finden Mit dem ich teamen könnte Das wäre ja noch eine coole Nummer hier 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 Ja der hätte schon fast ausholen können denke ich mal Und sagen können kommen das machen wir zu das Ding Kann natürlich ein Fake sein Ne scheint nicht wie ein Fake Einmal frei Dann bleiben wir mal bei ihm Zack genau Schön gesplittet Und den Rest hole ich mir auch Jetzt fahre ich in ihn rein Zack Ganz genau Und er So ist das System Von Agario Einwandfrei Super Jetzt gucken wir mal Ah jetzt Jetzt Ah sehr geil Sehr geil Jetzt gucken wir mal Das habe ich zum ersten Mal so gesehen Dass er ein Anschießt halt Und dass das dann passt So Uh Okay Achso Also er macht im großen Stil gerade Mit ihm mit Kann das sein Ich gebe auf jeden Fall bereitwillig nochmal was Masse ab Und Gebe ihm nochmal was mehr Dass er den Killen kann Ja einwandfrei Super Jetzt erwarte ich natürlich ordentlich was zurück Ja sehr geil Schön Masse Auf jeden Fall Sehr geil Und jetzt nehme ich ihm den ab Läuft Einwandfrei Ich liebe es Ah er kann das Kann das wohl ziemlich gut Mit dem teilen Ah okay Da hat er sich Da hat er sich vermacht Da hat er sich vermacht Und Ich möchte ihm jetzt hier auf jeden Fall noch was Wiedergeben Dass er gegen Sierra Ankämpfen kann Aber Aber Ist gerade eine doofe Ecke Da bringt die Masse nicht so viel Kann er eventuell nicht in die andere Richtung Das kann schon sein Champion Ah er hat sich nochmal geteilt Okay Einwandfrei So jetzt gucken wir mal was wir hier bekommen So zack Na gegen Turkey Ist nicht so Guck mal hier Ja deswegen brauche ich mich glaube ich nicht teilen Einfach um nochmal zu zeigen Ja okay Pass auf ey Ich bin da ganz safe bei dir Dass das passt Und wie gesagt Ich kenne den halt nicht Ihr habt es ja selber gesehen gerade Und ich finde das ist einfach mega geil Ah okay Also er macht es wirklich mit diesem Splitten Ja da können wir mal großzügig sein Oh ne Den darf er selber nehmen Langsam wird es hier eine ziemlich knappe Kiste Ah okay Jetzt schießt er die Probiert er die abzuschießen So jetzt müssen wir aber langsam mal wieder was tun hier für uns Für unsere Figur Dass wir wieder mal ein bisschen dick werden Komm mit runter Sonst passiert hier nämlich gar nichts Achso okay Komm Dann hole ich mir hier noch ein bisschen Nice stuff Ne nicht beide Beide nicht Beide wäre unfair Zack den Genau So jetzt hol du dir das Zeug da oben Oh das könnte jetzt mein Ende sein Scheint aber nicht so Also jetzt wieder Ah Kleinen Moment Ich bin wieder Relativ klein Aber okay Das passt schon Ah die sind so groß Wieder Die Gegner Hat der was gefunden Einwandfrei Ja komm Ja Schade Aber Kriegen wir ja alles hin Einwandfrei Super Teamplay Nicht zu viel Sonst ist er zu langsam Ja okay Das ist halt so Den konnte ich nicht Nicht einfach liegen lassen Den musste ich mitnehmen Hier friss Ja Einwandfrei So jetzt kann ich Den teil fressen Und alles ist gut Ja ich habe gerade ein bisschen Geschlafen Ich Da hätte ich schon ein bisschen Früher reagieren müssen Jetzt wird es eng für ihn Aber hat noch Noch Gut geklappt Na okay Das soll es erstmal gewesen sein Ihr seht Ich habe wieder ordentlich XP Punkte bekommen Läuft auf jeden Fall Das war's Ich wünsche euch was Ihr haut rein Ciao Ciao Ciao